Wir befinden uns heute zu Besuch im Kurhaus Bad Kreuzen, neben mir Friedrich Keindlstorfer. Herr Keindlstorfer, Sie sind Direktor dieses Hauses. Auf was sind Sie spezialisiert? Was bieten Sie genau an? Ja, wir sind spezialisiert hier. Wir sind das erste Zentrum für traditionelle europäische Medizin. Und das machen wir seit März diesen Jahres. Es basiert auf der Basis der Humoralpathologie. Das heißt, bei uns werden die Gäste nach Temperamenten bestimmt und nach diesen Temperamenten bekommen sie nachher dann auch ihre Anwendungen. Herr Keindlstorfer, Sie haben im März 2012 jetzt umgestellt auf probiotische Reiniger. Warum das? Ja, probiotische Reiniger verwenden wir nicht nur bei uns in unserem Hause in Bad Kreuzen, sondern auch in Bad Müllack und in Asbach. Sogar M-Produkte verwenden wir auch in unserem Landwirtschaftsbetrieb in Järla. Wir machen das deshalb, weil ja auch probiotische Reiniger eine Nachhaltigkeit haben. Und für uns nicht nur die Gesundheit der Gäste wichtig ist, sondern natürlich auch die Gesundheit der Mitarbeiterinnen. Und diese Atmosphäre, wo sie diese Reinigungsmittel schaffen, die spürt man im ganzen Haus. Wie war die Umstellung? Gab es Probleme? Wie ist das abgelaufen? Na, eigentlich hat mich verwundert, dass ja die Reinigungsmitarbeiterinnen bei uns im Haus von sich aus auf uns zugekommen sind. Es war so, dass wir, bevor wir eröffnet haben, unter Begleitung von Multikraft diese Produkte vorgestellt wurden. Und dankenswerterweise auch die Frau Mag. Harder, die das sehr gut gemacht hat, hat den Mitarbeiterinnen die Informationen, die notwendigen, gegeben, die Produkte mit nach Hause. Also die haben zuerst einmal zu Hause gereinigt, unsere Etagemitarbeiterinnen. Und die sind dann alle auf mich zugekommen und haben gesagt, wir wollen das. Und wir haben umgestellt und ich bin sehr froh darüber, dass wir umgestellt haben. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Neben mir jetzt Annemarie Huema. Annemarie, du bist Teamleitung Etage. Wie viele Betten bzw. Zimmer habt ihr jetzt zum Reinigen und wie viele Leute hast du in deinem Team? Also in meinem Team sind zwölf Mitarbeiterinnen. Wir haben im Haus 78 Zimmer zum Reinigen und die öffentlichen Flächen. Und wo genau werden jetzt die EMC-Reiniger eingesetzt? In den öffentlichen Flächen verwenden wir den Kraftreiniger zur Reinigung der Böden. Und für den Sanitärbereich verwenden wir den Kraftreiniger und den ZITOS-Reiniger für die Sanitäranlagen. Haben Sie dadurch irgendwelche besonderen Vorteile ergeben? Ja, wir haben gemerkt, dass wir bei der Sanitärreinigung, bei den Duschen, weniger Nachverschmutzung haben und weniger Schimmelbildung haben. Sie haben vorher herkömmliche Reinigungsmittel verwendet. Welche weiteren Vorteile sprechen für die EMC-Reiniger? Selbstverständlich in unserem Haus ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit ein ganz wichtiger Punkt. Und hier haben wir Reinigungsmittel reduzieren können und damit natürlich wurden auch die Kosten reduziert. Und das ist natürlich auch sehr wichtig in unseren Unternehmen. Und wie effektive Mikroorganismen in der Kleintierhaltung wirken, das ist eine andere Geschichte.